Weiß nicht ob ich W starten soll. Das ist glaube ich Troll oder? Ich glaube ich geh einfach um Büsche rum und kann Barrels mit E dodgen, hab aber langen Cooldown, Rass, GP, alles volle. Ist schon wunderbar, dass er noch keine Cue auf mich gekriegt hat hier. Okay. 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 Ich weiß nicht, ob ich die Kombo richtig gespielt habe da. Ich weiß nicht, ob ich die Kombo richtig gespielt habe. Ich weiß nicht, ob ich die Kombo richtig gespielt habe. Ich weiß nicht, ob ich die Kombo richtig gespielt habe. Mann, ich will den Stoppush nicht reinlassen hier. Deswegen habe ich den auch gerade so gut testet, aber es war nicht... Ich weiß nicht, ob ich die Kombo richtig gespielt habe. Ich weiß nicht, ob ich die Kombo richtig gespielt habe. Ich weiß nicht, ob ich die Kombo richtig gespielt habe. Ich glaube, mein Tram ist eh gar nicht so krass stark im Early-Game. Ich glaube, ich bin erst so richtig stark, wenn ich Shippo habe oder so. Wir haben uns eben die Athlete geholt in dem Matchup. Er hat immer noch TP, der Gangflank. Wird er anscheinend einfach nicht usen. Alter Leute, man. Ey, ich muss alle muten, Alter, wenn ich da schon wieder im Chat stehe. Oh ja, das ist wieder zu fett rein. Wir können aber GPs, TP und C4 so wenigstens. Ich sage mir das, dass ich hier nichts Körbe habe, nur in der Seite zu verletzen. In der Näheil ist es ungefähr ganz klar, auch nicht es ist, dass es die Kombo hat. Er hat keinen Fehler gemacht. Ich komme gleich zu, dass ich der Kritte hinterher bin. Ihr verdetigt was einfach nicht zu. Auch wenn ich zu, is administrieren. Du kannst Dich Clau! Ich gehst nicht zu überwinden. Oh, da bin ich viel zu lange in der E geblieben, merke ich gerade. Das war ein großer Fehler, actually. Hm, interessant, dass er auffällt, aggressiv zu spielen. What the fuck, was macht der bitte, Angst vor Lilia, oder was, hat er sie aber gespottet, oder? Hätte mich so abusen können da gerade eben, ne, weil ich diesen einen Fehler gemacht habe. Okay. 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 Ge-resetten. Er wird ein bisschen länger brauchen, um die Wave zu pushen. Eigentlich ein perfekter Reset hier, Leute. Oh, jetzt geht's Cheapo. Ich sollte immer direkt aus der Base laufen, auch wenn ich lower p bin und dann eh drücken, wenn ich schneller auf lane komme. Das war etwas, was ich mir merken muss. So, jetzt sind wir actually mit Yone mal gut, also hat ein okayes Early Game, haben einen großen Fehler gemacht, aber wurden nicht gepunischt wenigstens. Deswegen spielen wir auch auf einem Master Cone. Ein Challenger wäre ich jetzt glaube ich absolut abused worden. Haben wir jetzt ordentlich Damage, Leute? Also ich muss eigentlich nur den Passivort Tag spielen, das ist eigentlich das Wichtigste, das ist ein Master Damage. So, die Wave ist relativ weit bei mir, ich hätte keinen Flash. Weiß nicht, das war auch nicht optimal gespielt, wenn ich ehrlich bin. Ich habe keinen TP, der könnte hier auf mich drauf springen, aber ich weiß nicht, ob er es machen wird. Wir spielen wieder Wave einfach. Deck Mitte. Oh. Resetten. Das ist nur ein Quiver. Ah, actually, ich push noch eine Wave, wenn ich eh Basen und TP'n werde. Ah, die E ist ja übelst weird. Fuck. Wenn ich die auf die Stelle mache, dann... Dann eh... Keine Ahnung, wird die irgendwie... Ah, das hat eine... Hä? Keine Ahnung, wieso ich da so gesnap-backed wurde so. Wisst ihr, was ich meine? So übelst weird. Muss ich auch noch lernen, irgendwie. Vielleicht ein Lifestyle wäre auch nicht schlecht, ne? Ein Lifestyle wäre schon nice hier in dem Matchup. Ein Ward auch. 2 Worts. 2 Worts. Eieieieieiei. Was macht er selber? Das ist am Trollen. Wer ist am Trollen, der Bruder? Das ist am Trollen. Häh! Ok... 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 das war echt ziemlich bad von mir war dabei jetzt platten sind weg was aber ich glaube ich ist alles gut wenn es hier was stoppen aber ob ich noch im rahmen ist glaube ich noch im rahmen also ich checkte ich check die ohne noch gar nicht leute ich den chat noch absolut gar nicht das game können wir jetzt richtig so um ein bisschen mechanics zu üben und kombos ich check den hat noch gar nicht ich werde attack speed hier einfach haben ich werde attack speed hier einfach haben Man kann kein Shift-Fähigkeit drücken auf dem Champ, vergesse ich. Keine Fähigkeit kann man Shift-Fähigkeit drücken. Wir sind ordentlich am Spiken. Wir werden nur Top-Lane pushen. Laufen jetzt hier diesen Weg schon Top-Lane. Halten die Top-Fresh auf dem Gangplank. Eieieieieieiei. Wir gehen in die Mitte und pushen jetzt erstmal in die Mitte. Hier gefightet wird und unser Mid-Lane tot ist. Ich merke grad, dass er in Twitch übelst gefeedet ist. Das ist ein Bummer. Alter, wenn ich die Wii hätte, man. Oh, krass. Was macht der Gangplank eigentlich auf der Map gerade? Ich glaube es wird. Gail wird Bot sein. Autschi, ein Out-Attack. Gien 45. Ich muss halt auch meinen E-Cooldown spielen. Wir sind progen. Wir sind progen, D-K. Ich hab schon 100% Crit, ne? Hm, der Tower-Shot ist sehr weird. Mami ist tot. Der Freaker, wieso TP'n wir dafür? Hä? Oh, kriegt der den in den Rechtszettel? Ne. Ach. Oh, kriegt der den in den Rechtszettel? Ne. Ah. 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 Okay, das war echt schlecht gespielt von mir. Das war sehr schlecht gespielt von mir da unterm Tower. Ich hatte halt keine E-Ups, das war halt ein bisschen weird. Actually ohne E ist man halt so useless wie ohne, merke ich grad. Hm. Der Lucian gewinnt das nicht. Der Zac ist viel zu tanky in Sunfire. Hm. Mit dem festen Tier. Oh, er hat Ignite, okay. Oh, Kale-Ulti, oder? Oh mein Gott. Okay. Vielleicht kann Zerath helfen, wenn da Spells tippen wieder. Hammer! Boom. Oh. First Strike. Bringt aber nix. Wie stark ist GP? Wenn wir jetzt herausfinden. Oh. 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 Okay. War auch locker nicht optimal gespielt von mir. Aber ich nehm's mit. Oh. Nicht mal viel für IE. Oh. Ich geh für den Tower, ne? Oh, Twitch ist auch tot. Aber. Das ist funny. Das ist so coole Mechanics der Champion, what the fuck. Kann einfach so viel machen. Hey Xperia, es geht Bruder. Let's go with AI. Ah. Ich hoff, die Kale kriegt da nicht auch den Tier 2. Dann wär das nur ein Trade. Okay. Leute. Was geht man jetzt hier? Was geht man jetzt auf Yone? Haut mal raus. Oh. Boah. Die kriegt actually den Tier 2 Tower einfach so verfrieden. Ich fasse es nicht, man. Ich fasse es nicht. Was geh ich jetzt? Sprint. F-Stands. Okay. Hier sieht man meine Passive nicht. Alter, Kale kriegt hier 2 Turret und den Kale. Also ohne Scheiß. Das Game wird noch richtig schwer werden, Leute. Ich hab heute übelst viel Zeit gewastet, weil der Ezreal so gecringed hat, weil er Toplang geblieben ist, anstatt Mitte zu rotieren. Was eigentlich meine Wave ist. Und deswegen hab ich jetzt das Tempo auf der Sideline gecringed. Ich bin auf der richtigen Seite. Ich kann wissen, ob Kale Ulti hat. Okay. Kann ich über Wände springen mit dem Spell? Lass mein Damage bitte man, ich kann den Spellkrieg alter Die ist out of position. Ich hab Bock zu sterben, actually. Oh, fuck. No. What? Ah, ich hab früher zurück gespielt. Ich hab einfach meinen Limster nicht gekannt. Ich dachte vielleicht, dass ich noch in Range komme. 43 König. Ja. 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 Können wir enden oder? Hm, Twitch Damage ist real. Aber er ist auch schnell tot. Nice. Cooles Game, actually. Sehr cooles Game. Aber ich hab diesen einen Fehler in der Länge gemacht, der mir eigentlich in einem Hilo, also richtig Hilo Game, hätte mir nur das ganze Game gekostet, aber nice. Danke, dass wir uns nicht gesehen haben. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020